Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ach, was machst du denn hier? Guten Morgen, Barbara! Ja, da wo es nördig ist schon bald. Und ich habe noch so viel zu tun. Ja, das glaube ich. Und du gewiss auch noch. Ja, wir sind dran. Da habe ich etwas für dich. Da bin ich. Etwas, das Energie gibt. Schau mal! Oi! Das gibt Energie und Speiz für Überübermoren.